Dänemark ist nicht Ihr Freund. Für uns dienen sie nur einem Zweck. Die ganze dänische Westküste von den deutschen Landbienen zu befreien, die sie zuvor hierher gebracht haben. Seid ihr Soldaten? Zwischen den schwarzen Pfähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr wird sie alle entschaffen. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Willst du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel! Meinst du? Nein, Herr Feldwebel! Sie sind alle, Idioten! Sie sind alle, Haufen von deutschen Vollidioten! Ich arbeite! Ich arbeite! Ich arbeite! Ich arbeite! Stop! Ich arbeite! Ich arbeite! Ernst, komm bitte! Kom her! Ernst! Komm bitte! Du kunne godt have fortalte, det var nogle små drenge, jeg fik op, Ebbe. Du skal ikke giange holde af dem, hvul? Nej. Jeg synes, hvis man er gammel nok til at gå i krig, så er man også gammel nok til at røde op efter sig selv. Du. Du musst mich hier gehauen. Ich werde dem in der Us. Wiederholen. Es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Ich komm wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause.